Hey, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich auch wieder Clubtreffen, es ist 6 ab. Heute leider nur mit Fabiana, das ist ein neues Mitglied, aber sie ist richtig nett. Und ich denke, wir können jetzt gleich mal zur Feuerstelle reiten. Was ist die dahin? Ich habe eine Quote hier. Adam Fischer. Okay. Was ist denn jetzt? Okay, nix. Gut. Wieso bin ich schneller? Mach keinen Sinn. Oh, ii. Er fährt jetzt ein Level höher als meins und ist schneller. Moment, ich kapiere das nicht. So ist der so gut gelangt. Äh, was? Okay, nix. Gut. Ich habe das Gefühl, sie weiß, wo die Feuerstelle ist. Hey, sie wissen nicht alle, wo die Feuerstelle hier ist. Ach so. Nein, ja, nur so. Was ist das? Okay. Ja, okay. Ja, sie wird zu schnell. Was ist das? Ich habe sie etwas. Und dann haben wir noch ein Klo. Und dann haben wir noch ein Klo. Oh, ja. Oh, ja. Ja, man sieht sie eben nicht. Man sieht die S, wenn man näher kommt, hier. Kommst du? Moment, war ich das Feuerstelle schon? Oh, nee, noch nicht. Schade. Ich habe doch ein Würstchen-Set. Aber nicht ein Rucksack. Ich habe das Feuerstelle. Hm. Schuhen. Oh mein Gott, Katze! Wieso erschreckst du mich? Böse Katze. Wieso hast du auch gar nicht hier sein, Kätzchen? Was machst du hier? Na komm, sein braues Kätzchen geht ja runter. Ja, lass mich auf. Ich weiß nicht. Okay, äh, ich bin wieder da. Jetzt holen wir ein Würstchenset. Ich hab einen, oder? Ja, ich glaub ich schon. Wofür glaub ich auch noch eins? Oder sonst? Egal, wir gucken einfach mal. Würstchen, Würstchen... Ah, hier ist das Würstchenset. Kein Würstchen-Set. Eben doch, vorher, ähm, kann man Würstchen brechen. Das wär doch mal was. Ich hab mich nicht selbst vorher gemächt, weil ich hab mir nie die Mühe gemacht, was zu kaufen. Aber, ähm, ja. Ich glaub, ich glaub ich kann hier reiten. Das dauert ja nicht allzulang. Ich mein, ich muss nur nach hier, dann dran runter, nach hier. Oder vielleicht ist das doch und so weiter weg. Nein, wird schon gehen. Moment, den sammeln wir noch schnell ein. Das ist im Monster. Ja, grundsätzlich. Eine Höchstleistung ist, glaub ich, äh, 63, oder? Ja, glaub ich schon. Wie ist das? Kenn ich die? Ja, ne, die kenn ich gar nicht. Na egal. Also, äh, ich bin ja ein paar Monate, äh, wie fast immer, in der Starreise. Und, äh, wenn man da immer vorbei haltet, dann sammelt man den Fuchs eben ein. Das ist normal. Deshalb hatte ich manchmal zu viel von dem Zeugs. Also, so, ich bin wieder da. Also, so, ich bin wieder da. So, also, wie geht das jetzt? Kann ich tatsächlich auch machen? Dann, ich hole es. Erst so, dann so. Ah, wie geht das jetzt? Kuckuck. Hier ist doch noch mehr genügend Platz. Oder täusche ich mich? Fabiana? Bist du ab? Kuckuck. Ach so. Also, ähm. Also, ähm. Ich war noch nie gut drin beschreiben, ne? Also, macht auch keine Sorgen. Wieso mach ich den Tür immer zu? Ähm. Jetzt einfach nicht backen. Dann wär's gut. Genau. Äh. Wieso können sie nicht sitzen bleiben? Fabiana? Ach egal. Also, ähm. Dann setz ich mich eben so easy. Hier ist, glaub ich, ja noch Platz, oder? Ja. Ja. Lass dir gut... Ähm, keine Ahnung. Oh, das ist eine schwierige Frage. Grillzett. Ja. Hm, also ich stoppe jetzt die Aufnahme kurz, also ich mach nachher natürlich schon weiter, aber dann kann ich nicht mehr gucken, wie lang ich es da ist, die ich schon habe. Ist da, oder? Okay, gut, ich hab's. Und zwar... Oh. Recht viel. Also, ähm, ich hab's table write-down. 20, 20, 20, 20. Also, ähm, ich hab's. So, okay, ich hab's down 16. So, ich hab's schon mal. Okay, ich hab's down 16. So, so, okay. Uh, ich hab's go's. Da ist ja. Ich hab's got 18. Ich hab's. Okay, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. 25, 25, 25, 25, 30, 30, 30, 30. Null. Oh. Ja. Seid. Die sollen nicht mehr. Sechs Franken und neunzig. Nee, nicht viel mehr. Ähm, irgendwie. Fragen kann man nicht schreiben. Das sind von Blödsinn. Ja, leider auch. Nee, echt nicht. Die Leute von Star Stable verdienen mit diesem Spiel ihr Geld und müssen damit so Computersachen kaufen und sogar ihr Essen und ihr Trinken kaufen. Ich meine, wäre ja gelacht, wegen die Sachen so billig sind. und 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 oder vielleicht ähm vielleicht so fünf Monate oder so. nie mehr. Vielleicht sechs Monate hat es schon gedauert. und also relativ lange jedenfalls. und 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 Ich? Also, äh, hab ich mir hier nicht gesehen? Nein, ich wollte hier nachschreiben. Also, mir? Was? Wäre ja komisch, wenn ich in den Videos Schweizerdeutsch würde reden, deshalb habe ich jetzt, ähm, deshalb rede ich noch Deutsch, aber in meiner Familie rede ich schon Schweizerdeutsch, Österreicher kann ich nur selber, und das war's dann auch schon. Was denn? Ah, ha, 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 ha. Hm. Was ist denn? Guck, guck. Guck mal, die hat auch Servus geschrieben, oder wie sagt man das? Servus? Servus? Ja, keine Ahnung. Ja, also, ich hab schon eine Schweizerin gesehen. Ich hab zwei Schweizerinnen gesehen und mit ihm geredet, aber, ähm, ja, das ist... das tut... so... So wundern würde es mich nicht. Wundern würde es mich wirklich nicht. Ich hab nur englisch... ich hab nur fast keine englischen Spiele gesehen. Bis jetzt nur eine. Aber das war's dann auch schon. So wundern würde es mich nicht. Ich hab nur einen Schreiberdeutsch, äh, sowas sonst. So wundern würde es mich nicht so weh. Oha, oha, ja, ich weiß, ich weiß. Aber es gibt ein paar englische Stars der YouTube-Rennen. Die hab ich schon mal gesehen. Oh, sorry, das ist das Telefon. Äh, lasst euch nicht stören. Äh, ja, blödes Telefon, ich weiß nicht mehr. Moment. Oh, nicht, hat sie gehört, dass er andere Karten. Moment. Okay, gut, kein Problem. Hm? Ach so. Instagram. Das hab ich nicht. Dafür hab ich YouTube und Starsaple und Momio und was weiß ich sonst noch. Wenn ich Nein sage, dann meine ich auch Nein. Das ist einfach so, ne? Was? Ui. Ich hab ein bisschen. Ich weiß. Okay, gut. Gut. Ich hab schon 28 Uhr ab. Haben wir ja bald ein, äh, eine halbe Stunde Glück treffen. Ohne hier. Kann nicht sein. So schnell vergeht die Zeit. Das ist Snapchat. Snapchat. Meine Mutter hat es mir nicht erlaubt, weil, ähm, Snap heißt ja schießen oder schnappen oder wer auch immer. Und ich sollte keine, äh, Fotos von mir im Internet posten, weil, und, also ja, keine Ahnung, äh, aber grundsätzlich ist Snapchat ja auch etwas für, ähm, Erwachsene oder junge Erwachsene oder wie man eben sagt, ähm, dass sie ein Partner finden oder so. Und da steht, was überall auf Snapchat, das, das, das Snapchat für das ist. Aber, so. So. Ähm, okay, ne, das hab ich nicht. Hm, ne, das hab ich nicht falsch geschrieben. Achso. Ja. 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 Aber die meisten in meiner Klasse haben... Was? Ein... Was? Internet... Reu... Frank? Internet... Und dann... So war ich ja... Jetzt kam ich alles falsch. In der Schule hatte ich sie schon oft genug Englisch. Ach so, okay, das ist was anderes. Wahrscheinlich nicht, aber ich versuche, dass es wirkt. Okay, ähm, wäre das auch anders. Und was ähnliches hatte ich ja erwartet. Die wenigsten. Aber was? R... R... Ja? Wunderladen. Wunderladen. Was? Wunderladen. Wunderladen. R... Ähm, ach so. Man kann ein Handy wahrscheinlich überschreiben. Was ist es denn? Ja, wenn ich das wüsste, das ist, äh, hm, 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 hm. Also, da kann man chatten. Was? Wo hin? Ja, okay, gut. Okay, ähm, also, was ist? Wie kann ich das? Ja, das ist lustig, oder? Ja, das ist lustig, oder? Ja, das ist lustig, oder? Wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Wie geht? Ich sehe mich, Bei Tantenstrand wird es niemand mehr hier. Und wieso sollte jemand sich alleine hier so hinsetzen, wenn ich mal Feuer lasse? Naja, egal. Oh nee, jetzt kommt wieder jemand, der sich nicht zu uns sagt, zu verboten. Nee, nee, nicht setzen, nicht setzen. Uh, braves Mädchen. Ja, braves Mädchen. Ja, ja, jetzt muss ich hoffen, dass ihr wieder weg. Ja, hallo. Hat jemand einer an? Jetzt ist schon wieder weg. Ja, hallo. Moment, ich will auch aufsteigen, das will ich auch machen. Okay, geht's los? Ja, ich glaube schon. Okay, ähm... Die ist mal irgendwie nicht so schnell. Wie soll ich mal der mithalten? Okay, ja, ähm... Ich glaube, es ist doch nicht so schnell. Ich glaube, es ist doch nicht so schnell. Und dann nämlich hat die Abkürzung. Äh, oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder nicht? Ich nehme sie. Also, wenn ich sprengen kann. Also, jetzt ist sie jetzt schon nicht mehr so schnell. Alles bestens. Was machst du denn? Was machst du denn? Ich muss doch nicht mehr zurückreiten. Zum Wettrennen. Keine Staffelauf oder so. Ich glaube, wir gehen gleich da runter. Obwohl ich dann äh, etwas langsam bin. Aber was soll's. Wir haben nur eine kleine Abkürzung, oder? Also, äh... Was rede ich dabei von Quatsch, echt? Okay, ich bin da. Wenn sie den Strand meint, dann bin ich jetzt da. Dann... Wo kommst du? Guck, guck! Ah, da bist du ja. Hab ich gar nicht gesehen. Upp, äh, kann man nur ein Ding skriptieren? Ah, ne, doch nicht. Ah, ich gehe gar nicht. Ah, ja. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Habe es runtergeladen? Ui, cool! Tja, Momio kann ich leider nicht aufnehmen. Ich weiß nicht, wie das geht. Leider nur bei Star Stable. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt dort ein bisschen checken. Und deshalb werde ich die Aufnahme jetzt, ähm, aufhören. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss! Tschüss! Tschüss!